117. Juni 2019, hessen Tag, Elberfeier. Stau von Antoni Gassel. 21 Uhr 20 Uhr 23 Uhr 24 Uhr 24 Uhr 24 Uhr 25 Uhr 24 Uhr Wir haben ja fast da unten zugebracht im Sporthaus, hör mal. Fast 10.30 Uhr. Halb 1. Jo, Dienstag, 17. Januar, äh Juno. Was sehe ich da? Die Leute von der Polizei schon locker leicht sagen können. Hier, das passt uns nicht. Geh bitte und so. Dann habe ich jetzt hier bei der Sicherheit, die da nochmal eingesetzt war vom PSK, gesagt. Wie ist es? Können Sie sagen, wie ist es? Mein gut ist recht. Die haben auch nur die Gerne an den Zahlen kaufen. Wer ist auch wieder beendet? Auch wenn man es anders nicht sieht. Bis dann. Wie ist es? Wie ist es? ,